Episode 9. Stimmt's? Business-Sprüche im Check. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Die wichtigste Aussage, schauen Sie einmal genau hin. Der Spruch hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen dürfte unter den ewigen Top 5 der meist geposteten Sprüche auf Facebook. Garantiert auftauchen. Bei den meisten, die das posten, denke ich aber, oh Mann, ja, stimmt, aber schau doch einmal hin. Warum ist das Ganze so? Es ist erst ein paar Stunden her, da hat Deutschland eine historische Pleite im Auftaktspiel gegen Mexiko hingelegt. Wir haben das erste Mal seit Jahrzehnten ein Auftaktspiel vergeigt. Jetzt stellen wir mal vor, Jogi Löw tritt nach diesem Spiel vor die Kamera und sagt, na, was soll man jetzt sagen? Man kann ja mal hinfallen, wir stehen wieder auf, wir richten die Krone, denn wir sind Weltmeister und wir gehen weiter. Wie viel Aufschrei würde es in Deutschland geben? Auf allen Kanälen würde auf Jogi Löw eingeprügelt werden, auf allen Kanälen. Denn es ist sofort klar, nee, 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 so geht das nicht. Man muss doch wenigstens mal einmal hinschauen, bevor man sagt, hey, Mund abputzen, weitergehen. Das kann maximal noch ein Lukas Podolski gebracht haben. So ein Satz dafür, ja, wir gucken, wir setzen uns mal hin, was mir der Trainer sagt, das mache ich dann im nächsten Spiel. Aber dieses Nicht-Hinschauen, das steckt ja da drinnen in diesem Spruch, sondern dieses Weitergehen, ist ja eine ganz große Gefahr drinnen. Ich bin total dankbar, nach dem Spiel die Interviews von Hummels, von Toni Kroos gesehen zu haben, wo die einfach analysieren, hey, an der und der Stelle, daran lag es. Und danach, nachdem sie das sauber angesprochen haben, es waren sehr ehrlich aus meiner Sicht, ging es in dieser Haltung weitergehen. Richard Branson hat in seiner Biografie auch eine sehr schöne Geschichte zu diesem Thema. Er hat einen Zollbetrug gemacht. Das ging ein paar Mal gut, wo er sich Mehrwertsteuer wiedergeholt hat. Das ist eine echt kriminelle Nummer gewesen. Er beschreibt das so ein kleines bisschen spitzbübisch, wie er da so reingerutscht ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es so, sogar wirklich so war, aber es war kriminell. Er wurde erwischt und dann hat er ein Gespräch mit seiner Mutter gehabt. Und seine Mutter hat ganz easy und locker zu ihm nur gesagt, we don't talk about spoiled milk. Wir lamentieren nicht über ausgeschüttete Milch. Wenn man sich das in dieser Biografie durchliest, merkt man, dass die Mutter erfasst hat, dass dem kleinen Richard das Ganze schon peinlich war. Er darüber nachgedacht hat und er seine Lehren daraus gezogen hat. Und deswegen hat sie das ganz cool gesagt. Normalerweise würde man an dieser Stelle sagen, aber jetzt hol wenigstens einmal den Lappen und mach das wieder weg, um in diesem Bild zu bleiben. Also guck hin, woran hat es denn gelegen? Warum hast du denn diesen Mist gebaut? Und ich mag diese Richtung von diesem Spruch. Das ist ja eine Haltung. Das ist eine Haltung zum Leben, eine Haltung zum Business. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Da ist so viel drin. Da ist dieses Weiter, dieses Voran, dieses Shit Happens. Ja, das kann mal passieren. Mensch, steh auf, schüttel den Staub aus den Klamotten und es geht weiter. Ich mag das. Nur die meisten, die das posten, da würde ich sagen, ja, aber schau doch wenigstens einmal hin. Wie bei diesem Fußballspiel Deutschland gegen Mexiko. Die Haltung, wie wir mit solchen Sachen umgehen, entsteht höchstwahrscheinlich in unserer frühesten Kindheit. Wir hatten vor zwei Tagen hier ein größeres Familienfest und ich durfte sehen, wie diese Haltung bei einem kleinen Mädchen von vier Jahren so richtig in den Körper reinging. Das Mädchen war bei uns auf dem Trampolin und hüpfte rum und hatte ihren Spaß. Meine Kinder sind allerdings schon recht groß und deswegen haben wir diese Umzäunung ums Trampolin, dieses Sicherheitsnetz einfach abgebaut. Und es hüpfte und auf einmal ging es genau an den Rand dazwischen, da wo es wehtut, da wo diese Springfedern sind, so rein, ratschte sich auf, schrie kurz auf. Der Papa kam dazu, der stand auch nur ein paar Meter daneben, hat es hochgehoben und das angeguckt. Und dann habe ich etwas an einer Klarheit gesehen, das habe ich so vorher noch nie gesehen. Die Tochter hatte eine Träne in den Augen, es hat wehgetan und der Papa hat hier auch in dem Augenblick gespiegelt, hey, oh Mann, das tut mir leid, das hat wehgetan. Aber das dauerte nicht lange, das dauerte zwei Sekunden, drei Sekunden und dann kam dieser Blick von der Tochter zum Vater und in diesem Blick war so ein Suchen. Das war so, war das jetzt wirklich schlimm oder soll ich weiterspielen? Da war so alles drin. Und der Papa hat das halt wahrgenommen, dass das wehgetan hat und sagt in dem Augenblick, ah, so schlimm war das nicht, weiter. Und die Tochter hat genau diese Haltung aufgenommen. Warum ich das so gut fand, ist der Punkt, dass der Vater sauber gespiegelt hat, was beim Anfang da, oh, da hat was wehgetan. Aber dann, das Kind eingenordet, hat er gesagt, hey, das hat nicht so wehgetan. Und somit hat der Vater diesen Spruch, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Einen Bezugsrahmen in der Emotionalität des Kindes gesetzt für ein Hinfallen mit diesem kleinen Kratzer. Und das finde ich mega, das finde ich total klasse. Viele von uns sind ja an der Stelle mit einem anderen Spruch groß geworden. Der ist so ähnlich, aber ganz anders. Und zwar im Verhältnis zu uns selber. Und dieser Spruch heißt, Indianerherz kennt keinen Schmerz. Warum der brutaler ist, ist es ganz einfach. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen, hat nämlich dieses Krone richten eingefügt in der Mitte. Früher hieß der anders. Wir hatten früher nur drei Begriffe dafür. Hinfallen, aufstehen, weitergehen. Das hat was Militärisches. Das hat nichts, was mit der eigenen Würde zu einem selber zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass man mal sauber hinschaut und guckt, was los ist. Sondern einfach nur dieses immer weiter. Gefällt mir überhaupt nicht. Da habe ich große Probleme mit. Da habe ich auch im Business ganz große Probleme mit. Für mich das krasseste, persönlichste Beispiel, was ich habe. Ich habe vor elf Jahren mit zwei Partnern ein Outdoor-Geschäft in Altona, Hamburg-Altona gegründet. Und wir haben dann eröffnet. Und nach zwei Wochen nach der Eröffnung war mir, eigentlich war es mir sogar schon bei der Eröffnung klar, dass das einer der größten Fehler meines Lebens war. Und zwar, wir waren drei Leute und einer hatte eine kriminelle Veranlagung. Es war einfach so, dass er sich an keine Absprachen gehalten hat. Also wirklich keine. Und auch so weit Grenzen überzogen hat, dass das ins Juristische ging. Er hat leider über 40% Anteile gehabt und wir haben ihn nicht mehr rausgekriegt. Und dann kamen wir nach drei Monaten an einem Punkt an, wo wir sagen mussten, alles klar, wir melden Insolvenz an. Obwohl wir, und das ist das, was der Insolvenzverwalter sehr bemerkenswert fand, schwarze Zahlen geschrieben haben. Aber wir waren in so einer kleinen Delle da, wo man kurzfristig das anmelden muss. Das Entscheidende ist jetzt aber gar nicht der Punkt, was alles dort abgelaufen ist, sondern wie Menschen damit umgegangen sind. Derjenige, der es uns eingebrockt hat, der hat in dem Augenblick, wirklich in der Sekunde, wo er mitgekriegt hat, die Sache ist vorbei, uns den Rücken zugekehrt und ist nie wieder aufgetaucht. Er war nicht mehr erreichbar. Weder telefonisch noch persönlich. Er hat, auch wenn man klingelte, verweigert, man muss ja in Kontakt sein. Wenn zwei Leute Geschäftsführer sind, muss man was machen. Das kann man nicht einfach nur sich wegdrehen. Und das war es, aber das hat er gemacht. Ich kenne das aus meiner Gründungsberatung. Menschen, die sowas machen, fallen immer und immer wieder in die gleiche Scheiße rein. Entschuldigung für den harten Ausdruck. Aber sie machen immer wieder den gleichen Fehler. Sie gucken nicht hin. Sie schauen nicht einmal hin, da, wo es wirklich angebracht ist. Wie das bei dieser Person ausgegangen ist, das weiß ich nicht. Der andere Partner und ich, wir haben einen komplett anderen Weg gewählt. Wir haben uns vom Insolvenzverwalter anstellen lassen, freiberuflich, um das ganze Geschäft wieder zu renovieren, um dann den Vermieter zu übergeben. Wir haben dort drei Wochen lang alle Schrauben, die wir vorher in die Wand gedübelt haben, die haben wir wieder rausgeholt, verspachtelt. Wir haben gestrichen. Wir haben den ganzen Laden wieder sauber gemacht. Drei Wochen lang. Die Emotionalität in einem, die geht rauf und runter, von links nach rechts. Da ist so viel Wut, da ist Verzweiflung, da kommen Tränen, stellenweise wieder ganz viel Humor. Man fängt an zu lachen, man fässt sich an den Kopf. Aber was dabei passiert, ist total spannend. Man guckt hin, warum bin ich in diese Situation gekommen? Und zwar nicht nur sowas wie, das soll mir nie wieder passieren, sondern ganz genau die Situation. Warum habe ich Warnsignale nicht gesehen? Es war doch klar, wie diese Person tickt. Sag mal, hast du das nicht gesehen? An der Stelle und an der Stelle und an der Stelle. Und man merkt auf einmal, ja, die Muster, die erkennt man rückwärtsgewand. In der Situation sieht man sie oft gar nicht. Und ich bin für diese drei Wochen, für diese Renovierung dieses Outdoor-Geschäftes total dankbar, weil ich hingeschaut habe. Und da hat mein Krone richten bei diesem Spruch mehrere Wochen. Und wenn ich ehrlich bin, das hat auch noch Monate gedauert. Aber es war total wichtig, weil wer das nicht passiert, hätte sich nicht grundsätzlich etwas in meinem Leben verändert, worüber ich heute total dankbar bin. Dieser ganze Spruch ist wahrscheinlich auch daraus entstanden, dass man einigen Menschen am liebsten nur anpacken möchte und sage, komm, es geht weiter. Komm, das ist nicht das Ende der Welt. Ja, verschüttete Milch gehört einfach dazu. Und Menschen zu sehr in ihrem Elend, in ihrem Jammertal rumeiern. Und die kennen wir ja auch alle. Wir kennen alle Leute, die haben mal eine Kündigung erlebt. Und wenn sie davon erzählen, hast du das Gefühl, ey, das war letzte Woche. Und in Wirklichkeit ist das 20 Jahre her. In Summe muss ich einfach sagen, ich liebe diesen Spruch, wenn das eine Lebensphilosophie von Menschen ist. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Total klasse. Wobei, als Lebensphilosophie meine ich natürlich nicht das Hinfallen, aber diese Haltung, hey, es passiert. Shit happens, es geht weiter. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle, egal wie es gerade aussieht bei Ihnen, ein richtig gutes Aufstehen, Krone echt fest aufsetzen. Und weiter geht's. Das war Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Weitere Zündfunken zum unternehmerischen Denken und Handeln auf uduh.de sowie lutzlanghoff.de. Wir freuen uns auf eine Bewertung des Podcasts und wünschen Ihnen ein tiefes, ansteckendes Feuer im Leben.